Mein Vintage Skeletor habe ich nicht mehr, aber dafür ein Battle Armor Skeletor, Zauberrüstungs-Skeletor quasi. Den gab es im Vintage eigentlich nur von He-Man, die Zauberrüstung. Dann einen normalen Origins Skeletor und ein Mini Skeletor von den Eternia Minis. Die sind in so Verpackungen immer drin. Da gibt es auch eine schöne Reihe. Das sind rein mehrere Waves sozusagen. Wie ihr sehen könnt, der Battle Armor Skeletor, Zauberrüstungs-Skeletor, der erliegt den Einflüsterungen seines Zauberstabs, das auf mystischem Wege irgendwie mit ihm etwas kommuniziert und ihm etwas einflüstert. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha.